Russland und die von Russland kontrollierten Separatisten in der Ostukraine erklären, von der ukrainischen Armee gehe eine zunehmende Gefahr für die Menschen im Donetskbecken aus. Dort haben diese Separatisten vor knapp acht Jahren sogenannte Volksrepubliken ausgerufen und kämpfen seitdem mit Hilfe Russlands gegen die Ukraine. Nach Angaben von Denis Puschilin, Oberhaupt der sogenannten Donetsker Volksrepublik, sei heute mit der Evakuierung der Zivilbevölkerung nach Russland begonnen worden. An erster Stelle stünden Kinderheime und Internate. Die Verantwortlichen im westrussischen Bezirk Karastow wandten sich bereits an den Kreml mit der Bitte, Hilfestellung zu leisten. Man rechne mit vielen Flüchtlingen. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte heute zur Lage im Donetskbecken. In der Ukraine werden die Menschenrechte massiv und systematisch verletzt. Gesetze diskriminieren die russischsprachige Bevölkerung. Alles, was Kiew tun muss, ist, sich an einen Tisch mit Vertretern des Donetskbecken zu setzen und politische, militärische, wirtschaftliche und humanitäre Maßnahmen zu besprechen, um den Konflikt beizulegen. Doch derzeit verschärft sich die Situation im Donetskbecken leider noch zusätzlich. Westliche Beobachter befürchten, Russland könne angebliche Verbrechen der ukrainischen Armee zum Vorwand nehmen, um die Ukraine anzugreifen. Präsident Putin spricht seit einigen Tagen wiederholt von einem Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung dort. Putin empfing heute den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in Moskau. Dabei sicherte er zum wiederholten Mal zu, das russisch-belarussische Militärmanöver in der Nähe der Grenze zur Ukraine werde wie geplant am Sonntag beendet. Ich stelle fest, dass dieses Manöver ausschließlich auf Verteidigung ausgerichtet ist und niemanden bedrohen soll. Die Verteidigungsministerien beider Staaten haben rechtzeitig über die Pläne und Ziele dieser Manöver informiert. Es waren dort auch sehr viele Militärattachés von Drittstaaten als Beobachter anwesend. Im Vorfeld des Treffens hatte Lukaschenko allerdings erklärt, dass russische Militärtechnik auch nach der Übung in Belarus verbleiben könne. Gegenüber Journalisten sagte er, Wenn wir hier Munition brauchen, dann belassen wir sie hier, um sie nicht hin und her transportieren zu müssen. Es gibt auch einige Arten von Militärtechnik, die wir brauchen. Raketen vom Typ Iskander habe ich schon angesprochen. Wir werden diese Technik kaufen oder bekommen sie als Geschenk von unseren älteren Brüdern. Putin wiederholte bei der Pressekonferenz mit Lukaschenko auch, dass er einen Dialog mit dem Westen über die Sicherheit in Europa fortsetzen wolle. Er erwähnte dabei die Möglichkeit, wieder einen Vertrag über Kurz- und Mittelstreckenraketen abzuschließen. Der dafür vorgesehene INF-Vertrag ist seit zweieinhalb Jahren außer Kraft gesetzt. Allerdings werde Russland in solchen Verhandlungen nicht von seinen grundsätzlichen Forderungen abrücken, so Putin. Moskau verlangt unter anderem Garantien, dass die Ukraine und Georgien nie der NATO beitreten werden. Außerdem solle die NATO ihre militärische Infrastruktur im östlichen Europa auf den Stand von 1997 zurückführen, also etwa ihre Soldaten aus Polen und den baltischen Staaten abziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet-bundet